Hallo Leute, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Heute gibt es mal eine richtig geile Folge, beziehungsweise eigentlich wollte ich wie immer um 13 Uhr jeden Tag Gameplay euch zeigen, aber ich habe ein YouTube Video gesehen, ich habe es mir auch nicht komplett angeschaut, das müsst ihr euch einfach reinziehen. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, Leute, ob ihr es feiert, wenn ich auch mal solche Reactions Video mache, auf Update Ideen oder andere Sachen. Das ist nämlich für mich, also neu, das mache ich normalerweise nicht, aber wenn ihr sowas feiert, lasst gerne ein Like da und abonniert mich auf jeden Fall auf Ehre. Und jetzt schauen wir mal das Video an. Da müssen wir mal gucken, Leute, diese Details, ne. Hier, Big Box, kleine Box, Megabox, Hammer. Und jetzt mein Lieblings-Brawler, Jesse. Das ist zu geil, Leute. Soll ich das auch mal probieren, Leute? Wollt ihr, dass ich das auch mal probiere? Scrappy-Kanone, Hammergeil. Ich bin echt gespannt, was noch für Brawler kommen. Nita, sogar mit dem neuen Skin. Hammer. Wie gesagt, Leute, ich werde sein Video unten in der Beschreibung verlinken, auf jeden Fall. Lasst ihn auf jeden Fall auf Ehre ein Abo da. Guck mal, wie detailliert, vor allem, guck mal, die Leute, hier, diese drei Kugeln. Oder vier, was das sind. Holy shit, ist das geil. Also sowas zu können, ne, holy, ich muss mal gucken, ob der ein Tutorial hat. Holy shit, das sieht so nice aus. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, würdet ihr sowas euch kaufen, solche Figuren? Tara, Hammer. Hammer. Ich würde noch einen Spike wünschen, bitte Spike. Piper. Hammer, Leute, wirklich Hammer. Spike, ey. Und ihr müsst mal vorstellen, ich glaube, das ist mit Knete gemacht worden. Holy, Leute. Wie kann man das mit Knete machen? Penny. Vielleicht Pennys Kanone noch? Pennys Kanone noch? Ist echt perfekt, Leute. Holy cow. Daryl. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, Leute. Mortis, lol. Guckt euch mal, Leute, diese Details an, ne, die Details. Guck mal hier, die Haare. Das ist auch im echten Mortis so wahrscheinlich. Das habe ich jetzt nie drauf geachtet. Aber guckt euch das mal an. Holy shit. Wie geil ist das denn? Frank. Leute, ich würde mir diese Figuren definitiv kaufen. Ich würde, ich wollte mir auch den Plüsch, der Spike kaufen, aber ging halt nicht, ne? Hammer, Leute. Wenn ihr dieses Video feiert, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt einen Like da. Ich feiere sowas richtig hart. Sowas ist halt auch wirklich Kunst, ne? Ich habe zwar keine Ahnung von Kunst, aber sowas, ne, ist ein anderes Level, Leute. Das ist ein anderes Level. Holy. Ich würde sowas auch gerne mal probieren. Lol, sogar noch eine normale Nita. Wie lange geht das Video? Lol, das Video geht ja noch ein bisschen. Da kommen einige Brawler noch dazu. Penny. Nochmal Penny. Ich vermisse die Penny-Kanone. Pennys Kanone vermisse ich. Rosa, auch am Start. Bibi, vielleicht Bibi fehlt mir noch ein Dynamike. Aber ich glaube, Dynamike ist echt sehr schwer. Mit den Bomben da hinten. Leon. Sehr geil auf jeden Fall. Ich glaube, Bibi ist bei. Oh, Bibi, da ist sie ja. Hammer, Leute. Wirklich geil. Hammer. Ja, Leute. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr solche Sachen öfters sehen wollt, lasst gerne einen Kommentar unten in den Beschreibungen. Und ich werde euch, wie gesagt, diesen Channel von ihm unten verlinken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen um 13 Uhr. 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 Untertitelung. BR 2018